Wusstet ihr schon, warum gerade zu Weihnachten der Stern uns als Plätzchen auf Grußkarten oder als Weihnachtsdekoration begegnet? In der Bibel steht, dass bei der Geburt Jesu ein Stern am Himmel drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zur Krippe wies. Forscher behaupten heute übrigens, dass es sich bei dieser Sternerscheinung um eine scheinbare Berührung von Jupiter und Saturn am Himmel gehandelt haben könnte. Das Xplanity Team wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest.